Und weiter geht's und wir gehen zum.. See der Liebenden! Hallo, du liebe Liebenden! Von hinten, von hinten! Ich halt den Fresser! Yeah! So. Bin ich? Ja. Bin ich. Ja. Da muss man doch den Lehm-Golem zerstören. Ich glaube, das ist der da hinten. Komm, lieber Golem, sei mein Gast. Golem-Golem-Schmuck. Und schon wieder so ein Kölnister. Ich weiß jetzt auch, was es damit auf sich hat, aber ich habe halt eben noch keine von diesen so, dem Problem. Komm, man schreibt, ich bin so weit weg. Aber jetzt Wasser will ich nicht. Hä? Das Problem an dem ist wohl, dass der uns gar nicht nah genug kommt. Der ist zu mir. Nicht der jetzt. Na? Jetzt komm doch her. Nicht zu langsam. Muss ich in die Mitte gehen, oder? Ach man, stell dich doch nicht so an. Will ich doch nur töten. Na, kann ich das hier? Ja, geht doch. Jetzt kommt er zu mir. Komm. So. Ja, fall um. Der ist ja lustig. Oh, wenn man durch ihn durchgeht, dann ist man langsam. Für eine Sekunde. Okay. Und jetzt gehen wir zum Riesenrad. Ich habe da ein Riesenrad für dich. Das sollte man auch sehen. Das ist die Achterbahn. Müssen wir jetzt schon zu diesem komischen Leuchtturm? Also ja, ich meine. Das Riesenrad. Zum Riesenrad gehen. Da sind wir. Das Riesenrad untersuchen. Ah, das ist das, ja. Ach ja. Der fiegt einmal wieder weg. Das habe ich gesehen. Also, das war es schon. Zum Autoscooter gehen. Das war es. Ach, genau. Und jetzt kommt dieser Zwerg mit der Kettensäge. Ich spoiler nicht. Der kommt ja wirklich. Der ist ja im Prinzip schon da. Das ist jetzt kein Geheimnis. Ja. Und wütenden Klauen. Genau. Das ist der Zwerg mit der Zempfeln. Ich nenne den so. Und das ist klasse. Wenn man das geschickt anstellt, habe ich gestern, vorgestern gesehen, dann hat man da auch gar nicht so viel Arbeit mit. Wie komme ich denn da rein? Ah. Okay. So, lass mich aber bitte wo. Wo ist denn jetzt der Eing? Ich will ja schon... Ach, da. Ja. Hallo. Das war's schon. Jo. Dann machen wir uns ganz kurz mal noch Heilung. Dann holen wir das ab. Dann gucken wir ganz kurz mal. Oh, im Hintergrund läuft ganz tolle Kühlsmusik mäßiges. So. Herausforderungsklonal. Eine Hauptmission, drei Nebenmissionen. Alles klar. Ich denke mal, wir kriegen jetzt von dem Onkel die zweite Hauptmission. Da ist er. Weiß nicht mehr. Da kommt er immer so blöd hin, außen rum irgendwie. Er lässt uns, glaube ich, in Ruhe. Habe ich jetzt gesagt. Jetzt will ich das auch so. So, da kommen wir durch. Hm, da ist es wieder so ein... Ja, jetzt dürfen wir die zweite machen. Und die nächste Quest heute bitte nicht. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Äh, nee, nee. Geht nicht, weil du hast doch... Na, Dingens. Oder? Ein Tanz der toten Seelen. Obwohl der Atlantic Island Park seit Jahren stillgelegt ist, merkt Winte, dass das Riesenrad noch Strom hat. Dasselbe Riesenrad, bei dem Sie auf deine dunkle Wesenheit getroffen sind. Können Sie die Quelle des bösenen Parks sein? Untersuchen Sie das Atlantic Island Riesenrad auf Anzeichen der Wesenheit. Sollten wir hinkriegen. Und cut scene. Wo zum Teufel? Wo ist das? Ich hab das doch genau. Oh Gott, dieser Gestank. Meinem Sohn, Nicholas James Winter, bla bla bla. Wo ist das? Wo ist das? Dad. Ah, ich hinterlasse mein Meisterwerk. Den Atlantic Island Park. Damit er restauriert wird nach meinen... Nach meinen Originalplänen? Welche verdammten scheiß Pläne, Dad? Äh, wie ist das gelaufen? Schon gut. Ich bin nicht blind und taub. Es ist kein Zufall, dass es die Dinger zu den Fahrgeschäften zieht. Der Nebel kam am Tag unserer Ankunft. Ich sollte fliegen, aber der Flugplatz war geschlossen. Also kamen wir im Wagen von Portland. Nicht mal eine Stunde später kam er wie eine Lawine. Wahid hier beschloss, im Auto zu bleiben. Ich bin zum höchsten Punkt, den ich finden konnte. Es fiel mir damals nicht auf. Ja, wegen den Tieren auf meinen Fersen. Tieren? Aber es ist schon seltsam, dass das Riesenrad noch funktioniert. Der Strom muss doch längst abgedreht sein. Zumindest die elektrische Energie. Aber damit läuft dieser Ort nicht, stimmt's? Ja, ist richtig. Nathaniel Winter. Mein Vater. Er blieb zurück. Als alle anderen gingen. Und das nicht, weil er sonst nichts hatte. Er hatte sein Imperium. Sein Geld. Meine Mutter. Mutter. Er hatte mich. Aber das. Das war alles, was er wollte. Es hielt ihn über ein Jahrhundert am Leben. Es gab ihm Kraft. Wahrscheinlich lauert er immer noch hier. Irgendwo. Und er nähert sich von den Geistern verschollener Kinder wie der schwarze Mann. Er ist der schwarze Mann. Ernst doch. Was glatzen Sie denn so? Das hier ist Privatbesitz. Es ist kein Schauspieler. Aber er ist schlecht. So, zum Riesenrad gehen. Da warten wir ja ihm. Ich bin immer umgefallen. Manu. Manu. Mami, Mami. Ich will nicht zum Riesenrad. Der macht mich dann wieder bummen. Im Riesenrad fahren. Schatten in den Atlantic Park betreten. Weiß ich nicht. Ich wollte mit dem Riesenrad fahren. Jetzt habe ich einen Ladebildschirm. Das ist doch ein schlechter Tausch. Das Mädel sieht besser aus als so ein Riesenrad. Aber das Lachen der Kinder. Die sind fast stärker als ich gedacht habe. Die machen jetzt glaube ich Tore. Nee, machen sie nicht. Nee. Auch die Kinder überfreien. Oder es ist hier irgendwo. Äh. Moment. Wo ist denn? Da war doch eben noch eine. Was will machen? Hm. Ich weiß nicht, was die Mai kann. Ich weiß nicht, was die Mai kann. Und jetzt? Was da? Ist das das Lachen der Kinder? Ach, die. Wir müssen sich den noch platt machen. Bis jetzt. Mama. So. Dann sollte ich rennen. Das tut mir nichts rein. Oh, das war auch halbwegs. Ach so, eine Quest. Ja, genau. So rennen. Komm. Das sollte aber jetzt kein Problem sein. Der schwarze Mann. Das ist er. Er ist wirklich der schwarze Mann, oder? Ist das Nathaniel? Das darf ich mir fast. Das tut mir so heftig ist. Das ist warm. Und? Ach so. Ja? Ah. Ach so. Ach so. Ja. Dann muss ich jetzt nochmal... Das war's für heute. Oh, oh, ich habe es verpasst. Ich habe es verpasst, er hat mich getötet. Ich verstehe es nicht. So, ich war so ein Mann vermichten, ja, habe ich vor. Wo ist er jetzt? Ich will aber nicht sterben, das ist doof. Der war da fast tot. Gut, ich glaube, ich habe es ein bisschen falsch gemacht. Das bin ich. Dafür rennst du so, ja? Ich will den schwarzen Mann vernichten. Ich werde vernichten. Nichten, mitnichten, vernichten. Mit Neffen und Onkels vernichten. Wie komme ich da rein? Mann. Ach, jö. Ne, komm, jetzt. Kein, kein Suchspiel. Ist ja doof. Entschuldigung. Ich besitze keine Rolls-Betaste. Rolls-Betaste ist für Anfänger. Ein Witz. So, doch. Müssen wir gleich erstmal. Sofort? Irgendwas verstehe ich da nicht. Kapier's nicht. Muss ich das schon wieder, dieses... Oh, das finde ich in der. Das finde ich in der. Nichts, das ist ja cool. Dann tun wir vielleicht doch gleich hier. Ja. So. Gucken wir mal ganz kurz was. Alles ausgerüstet, genau. Soll wir vielleicht ausfixen. Bist du sofort? Was ist das? Ich verstehe es nicht. So bin ich sofort tot. Irgendwas darf ich nicht machen. Du bist doch mit. Wenn ich es doch nicht verstehe, dann bin ich doch immer sofort tot. Geh weg. So, warte mal. Brauche ich da Buffs oder irgendwas? Das kann ich doch nicht. So, jetzt bitte keine... Ich kann es nicht lösen. Ja. 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 Das ist doch viel zu schwierig, das da. Ich habe keine Ahnung, was wir sehen. Da fange ich gleich an zu kümmern. Ich kapiere es nicht. Vor allem eben habe ich total lange durchgehalten. Jetzt nicht. Das ist vielleicht dann doch mal nur mit der Schrotflinte. Ich weiß es doch nicht. Ich kapiere es nicht. Ich kann es nicht Què. Ich kapiere es nicht. Ich habe es nicht mehr verloren. So irgendwas ist da sehr, sehr unfair und ich verstehe es nicht. Ich kann das jetzt noch 20 Mal machen, aber der bringt mich ja sofort um und der macht ganz seltsame Sachen. Und ich muss immer so weit rennen. Ich hatte noch gehilft und so weiter, machen wir nur Schrotflinte. So, super, geh ich mal schon geschwächt rein. Vielleicht sollten wir fürchten nicht im Dunkeln, der hat die Kinder versprochen. Ach genau, das war's. Ich muss mich verstecken. Winter hat mir Kinder versprochen. Fürchte nicht die Dunkelheit. Fürchte nicht. Schon angenehme Träume. Winter hat mir... Fürchte nicht die Dunkelheit. Fischfleisch... Für den Winterdorf Karneval. Ich jesliche Achter, hör mal auf jetzt! Nein! Ich weiß es aber jetzt. Ich weiß es aber jetzt. Ich danke mich aber mit der Steuerung auch überhaupt nicht klar. Ich mache einmal richtig. Aber das war's, genau. Ich muss es doch so machen. So, und dann... Na komm, weg da. Ja? Ja! Ja? Nein! 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 Für den Mitternachtskarneval Nein, warum? Das Blaue, das Blaue ist es. Das Blaue darf ich nicht... Bitte, 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 bitte. Mir ist ein bisschen still, aber ihr merkt ja, dass ich da ganz böse am Kämpfen bin. Kamera. Da ist auch noch jetzt die Steuerung, möglichst ungünstig für diese Art. Aber irgendwas mit Verstecken war da. Und zwar, sobald es Blau wird und sich weg. Blau hängt sich auf und haut dann zu. So, jetzt muss es eigentlich gehen. Okay, das geht auch. Jetzt hör mal auf, bitte. Jetzt komm mal auf, auf, auf. Blau? 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 Wie weg? Ja, 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 ja. Und schnell noch leilen. Ui. So. So, komm. Was soll ich mitnehmen? Ach, das ist da drin? Das Seltsame, aha. Boah, alter Schwede. Hilfe. Mein Herz. So, zwei Hauptmissionen habe ich gleich geschafft, aber das sind halt eben nur zwei. Ist hier richtig? Ja. Huuuuhu, war ganz schön. Achso, das ist das Portal. Gehen wir mal da durch. Durchgehen, oder? Ja, ich will. So. Herzl-Quest machen wir jetzt nicht. Ich glaube, wir machen so ein bisschen wegen der Tagesmissionen. Oder ich nehme noch eine dritte Folge auf. Und dann... So, komm, machen wir das. Erstmal die Jungs ins Grab zurückbringen. Nenst da. 45 ist gut. Aber 45 außenrum. Dann haben wir das gemacht. Dann brauchen wir noch eine Hauptmission. Na, der müsste doch hier nur dafür sein. Also, das ist ja auch super, super tolles Licht hier. Wo ist der, den wir ins Grab zurückbringen müssen? Machen wir doch drei Folgen. Was haben wir da? Noch 3 Stück, 92 86, Rennen Dann haben wir die Nebenmissionen Und dann versuchen wir noch die von Boone Das ist aber glaube ich nicht Das ist einfach nur ein sicherer Schausteller So Dann halt die auch so Wo ist jetzt das? So ne das ist ein Babernder So da dürfte jetzt auch kein schwarzer Mann mehr sein Aber das da sieht böse nach so ner Gleich aus Na So Noch 2 So 52 Sieht gut aus Nehmen wir Und nach der Nach dieser Mission Machen wir Auf einer Post Da ist er schon Nummer 1 Ne Oh 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 So Ich habe gerade noch eine andere Quest gelöst. Super. Okay. Blöd. Wie ist das? Ich kann die Quest nicht gebrauchen. Ich will ja nicht schon wieder Überlänge machen. Mach ich ja jetzt schon. Noch was? Nein. Gucken wir mal ganz kurz. Warte mal, was war das andere, was ich gemacht habe? Die seltsame Geschichte. Was weiß ich. Im Leuchtturm gehen ein. Was ist das? Das. Ach so, Entschuldigung. Ja. Machen wir doch das. So. Das sind doch diese beiden. Ja, den haben wir doch schon. Das sieht doch aus, als wäre das einer. Ne? Ne, das ist schon wieder ein Trauersteller. Weg. So. So. Aber jetzt hier rüber. Ist er halt eben dort. Irgendwo muss der ja sein. Wenn ich ihn nicht so wissen schon. Der ist es. Der ist es. Zurück. Dem Golem, dem Golem sein lassen. So. Ja. Schon wieder Überlänge. Egal. Aber ich kann jetzt auch noch nicht aufhören. Nee. Kein Schausteller, bitte. Ach guck mal, da ist er doch. Bernd Graham. Das ist er. Komm. Bam. Spurzente. Warn. 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 Ui. Ui. Warn. Ja komm. Warn. Wer will das nicht? Jetzt. Erklar dich nicht mehr oder was? Hallo. Also, die Quests werden echt schwerer. Immer wenn dieser komische Typ hier kommt, hat es nicht. Und da ist wieder so ein Pyro-Schausteller. Ja. Braucht so einer. So, dann muss ich ihm die Quest nochmal genauer durchlesen. Ja, da ist er. Aber der lässt sich nicht zurückblühen. Und wo ist er jetzt? Nein, zack. Da war doch ein Bild. Ist ja nicht das Bild. So, ich mache eine Pause. Ich mache dann doch eine dritte Aufnahme noch. Alles klar, bis nachher.